Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch ganz herzlich zum Fokus. Vor fünf Tagen hat die Schweizerische Nationalbank überraschend den Euro-Mindestkurs von 1.20 Franken aufgehoben. Die Importe aus der EU und damit auch viele Produkte bei uns in der Schweiz sind günstiger geworden. Konsumenten profitieren also. Wo aber? Gibt man den Währungsgewinn weiter und wo nicht? Und kann man künftig mit noch mehr Preissenkungen rechnen? Das wollen wir heute fragen. Wir sind bei Michel Rudin, Geschäftsführer des Konsumentenforums. Herr Rudin, wo genau, konkret oder welche Branchen reagiert haben und die Preisen nach unten angepasst? Ich glaube, man muss zuerst einmal schauen, welche Bereiche überhaupt reagieren können. Es ist ein bisschen zu differenzieren zwischen den Produkten, die man schnell umschalten kann und denen, die es etwas länger dauert. Ich denke jetzt beispielsweise an frische Nahrungsmittel. Da ist natürlich klar, da kann man schnell reagieren drauf. Lebensmittel sind günstiger geworden. Ist das jetzt nur Marketing oder könnte man die Preise noch weiter runterdrücken? Könnte es noch günstiger werden? Ja, also schlussendlich können wir etwa so von 10 bis 20 Prozent ausrechnen. Und zwar einfach bei den Produkten, die nicht in der Schweiz hergestellt werden. Und ich glaube, das ist für uns Konsumentinnen und Konsumenten schon noch wichtig zu wissen. Gerade in Lebensmittelbereichen wird sehr viel in der Schweiz produziert. Wir wollen ja das eigentlich auch. Wir wollen in das Weissness. Und dort ist es natürlich schwieriger, so viel mit dem Preis runterzukommen. Wo oder bei welchen Branchen seid ihr jetzt noch unzufrieden? Welche könnten sich an diesem Währungsgewinn anpassen? Ja, insbesondere gibt es im Bereich der Zeitschriften Probleme. Das hatten wir auch schon vor dieser Mindestgrenze, dass es so war. Die sind irgendwie nicht ganz nachgezogen. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Je grösser wir es mit den Konsumenten den Druck machen, je mehr muss auch nachgezogen werden. Und für ein Heftchen fährt ja auch niemand ins Ausland. Folgendes wird es dort wahrscheinlich auch nicht runterfallen. Wie ist es mit der Autobranche? Dort wird ja momentan noch viel diskutiert, dass sie ihre Preise auch anpassen sollten. Aber es eher widerwillig möchten. Es gibt dort eine Art wie zwei Gruppen. Es sind zum einen die, die Parallelimport machen. Die ziehen momentan recht schnell nach. Ihr Preiskonzept ist auch so, dass man möglichst viel auf Preiskampf macht und folgendes den Umsatz über das generiert. Anders ist es bei den Generalimporteuren. Die machen es eher mit dem Zusatzverkäuf auch noch. Die haben eher ein wenig höhere Preise, bieten mehr Service an und dort wird nicht unbedingt nachvollzogen. Aber könnte sich da jetzt nicht auch gerade auf die Autobranche den Druck dermassen erhöhen, dass sie auch gleich ziehen würden und die Preise anpassen? Mal, sollte sie auch anpassen. Die Frage ist ein wenig, wenn. Gerade in der Autobranche besteht auch die Situation, dass man längere Lieferverträge hat. Und die Lieferverträge müssen natürlich eingehalten werden. Zum anderen hat man bereits Bestände jetzt. Wir erwarten aber einen ganz klaren Rückgang, so in ein bis zwei Monaten. Ihr hattet es vorhin schon erwähnt. Ihr habt gesagt, man geht nicht für ein Heftchen ins Ausland. Viele Schweizer machen aber genau das. Sie gehen grosse Einkäufe über die Grenzen. Was sagt ihr grundsätzlich zu dem? Für uns ist wichtig, dass man eine Vollkostberechnung macht. Zum einen sind es ganz klar auch die Preise, die man mit dem Treibstoff beispielsweise einrechnen muss. Und dann sind es die ökologischen Aspekte, die man bedenken muss. Also je weiter das fährst du, je mehr CO2-Stoss ist beispielsweise. Und ein dritter Punkt, wo man sich auch als Konsument bewusst sein muss. Pro 300'000 Franken Umsatz, der in der Schweiz verloren geht, ist eine Arbeitsstelle weg. Also negative Konsequenzen für unsere Wirtschaft. Wenn man jetzt grundsätzlich sagen würde, alle, die ihr Geld in der Schweiz verdienen, auch nur noch in der Schweiz einkaufen. Wie würde da die Konsequenzen aussehen? Ja, ich habe das Gefühl, hier in der Schweiz ist der Markt so aufgebaut, dass man leider nicht eine Situation hätte, dass wir jetzt sagen können, ja, da wird jetzt alles trotzdem weitergeben. Man weiss ganz klar, wir haben hier in der Schweiz die zwei grossen, Migros und Goop und Preise senken sich an sich nicht so schnell. Das heisst, ein gewisser Druck mit einem Auslandeinkauf ist nicht so schlecht. Andererseits sagen wir jetzt so wiederum, wir sind auch noch Arbeitnehmer, nicht nur Konsumenten, die meisten von uns arbeiten auch noch. Da muss man auch ein wenig auf das aufpassen. Ich sage jetzt mal auf die Schweizer Landwirtschaft, ich denke auch an die Ökologie und so ist es eben nicht ganz einfach. Aber jetzt gerade gar nur noch hier einzukaufen, das würde ich jetzt gleich auch nicht empfehlen. Euer Abschliessentrat an Konsumentinnen und Konsumenten? Machen wir eine Vollkostenrechnung für euch, was ist nicht der Wert, was ist nicht der Wert, wie steht ihr selber auch zum Ausland, zur Schweiz, zu den Arbeitsplätzen, wie sieht es aus ökologischer Sicht aus? Ich glaube, wenn man das für sich macht und jeder selber entscheidet, dann haben wir am Schluss die beste Situation. Herr Rudi, ich danke euch vielmals und euch sage ich Merci für das Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen wieder. Ade gir mich dann an, ab dann auf!